Wie geht das? Eine Gruppe mit 5 Marken, jeweils mit Verkostigungstheke, Showcooking, Produktwinnen und einem ruhigeren Besprechungsbereich im Obergeschoss. Und das Ganze auf unter 200 Quadratmeter, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Mein Name ist Martin Travny, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Prismaplan Messen & Events. In unserem heutigen Messestand Review stelle ich euch den Messestand der Firma Bell Food Group vor auf der InterNorga in Hamburg. Vielleicht gucken wir uns zuerst einmal den Grundriss an und ich erläutere einige Elemente. Hierbei handelt es sich um einen Blockstand, alle vier Seiten offen, 13 x 14 Meter. An dem, schön zu sehen, die Marken außen platziert wurden mit ihren Verkostigungstheken. So konnte der Besucher direkt angesprochen und in den Stand geholt werden. Im rückwärtigen Bereich der Theken befinden sich Produktwände, die einerseits Kommunikationselemente enthalten, aber auch in Form von Vitrinen die Produkte selber. Der hintere Block ist mit der Showkühle, wie in einem guten Restaurant, öffentlich einsehbar gestaltet worden. Da nebenan die funktionelle Lagerhaltung. Im vorderen Bereich eine kleine Kaffeebar, mit der die Erstversorgung der Kommunikationstische im Erdgeschoss gewährleistet wurde. Geht man in das zweite Obergeschoss, findet man ca. 20 ruhige Besprechungssituationen wieder, in der die tiefer greifenden Gespräche stattfinden konnten. Abgerundet wird das Ganze durch eine an die Ecke gegliederte Infobar, die den Besucher sofort empfängt. Jetzt aber genug der Theorie, lasst uns doch mal zum Messestand hingehen und schauen, wie es aussieht. So, habt ihr euren ersten Eindruck bekommen und gefällt er euch? Der Erfolg eines Messestandes hängt nicht nur von der guten Planung des Standes ab, sondern auch von der Realisierung. Wir haben hier bei der Bell Food Group das Motiv einer Markthalle in den typischen Farben Rot, Ziegel und Schwarz Fachwerk gewählt. In dieser Umgebung sollten nun die Logos von der Bell Food Group, aber auch der Marken gut platziert werden, gut sichtbar sein und die Kommunikation mit dem Besucher fördern. Insbesondere die Showcooking-Aktion mit einer offenen Küche, bei der der Besucher direkt gesehen hat, wie die Speisen zubereitet werden, zieht die Besucher stark an. Schauen wir mal, ob die Köche auch etwas für uns vorbereitet. Wir machen dann wieder das Beispiel, wenn die Speisen zubereiten. Mensch, sahen die Sachen lecker aus. Und der Kunde, der davor im Gespräch mit dem Berater war, nahm diese Sachen natürlich super gut an. Hier zeigt sich eben auch der Synergieeffekt zwischen Ich-Liefer-Qualität und der Kunde baut Vertrauen auf. Dazu führten auch die Produktwände, die ja im Kommunikationsbereich sehr präsent waren, aber trotzdem so angeordnet, dass die Transparenz nach draußen, aber auch von draußen nach innen gegeben war. Der Besucher hatte schnell einen Überblick und konnte den Stand sehr gut erfahren. Für eine ruhigere Kommunikation wurde im oberen Bereich eine Zone eingerichtet, die wir uns jetzt mal anschauen. Ich-Liefer-Qualität Unter diesen Räumen, also im Erdgeschoss, liegen ja die Küche und die Versorgungsräume. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen runter, schauen uns die mal an und holen uns weiter Impressionen von dem Stand. Los geht's! Los geht's! Los geht's! An dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr euch diesen Messestand mit mir angesehen habt. Ihr könnt jetzt noch einige Impressionen sammeln, bis wir uns beim nächsten Review wiedersehen. Bis dahin Glück auf! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!